Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Road to Glory mit Toni Kroos und ich werde jetzt die ersten 700, ja nicht 800, ich habe selber gemerkt, dass ich einen Fehler drin hatte, Punkte verschwenden, verkaufen, wie auch immer. Ich werde mir Stefan Kiesling gönnen für einen Sturm, damit ich einen Stürmer habe. Der kommt von Leverkusen, ist damit ehemaliger Mannschaftskollege von Toni und ich glaube mit Kiesling zusammen, haben wir einfach eine Chance, doch deutlich mehr zu machen und deswegen habe ich den jetzt eingekauft. 650 Goldstücke, das heißt, wir haben noch 50 übrig, da können wir mit Leben. Es gibt wirklich Schlimmeres, denke ich, jetzt kann es richtig zur Sache gehen. Jetzt haben wir also auch noch einen Stürmer und jetzt kann der Toni gut auflegen und ich hoffe, das wird sich auszahlen. Jetzt gehen wir auf unsere aktive Mannschaft. Ja, da vorne hat sich dann der gute Junge verabschiedet, wer das auch immer war, Mama, das wäre auch egal. Schäffler war es, genau, der war gar nicht schlecht, der Junge. So, und dann werden wir jetzt den Kollegen Kiesling, ja, das sind die falschen Spieler, da ist Kiesling. Wir werden mal da reinsetzen und ich gucke mal, ob ich vielleicht auch noch ein Vereinsobjekt auf den anwenden kann. Und zwar im Chemiestil, ob ich da nochmal Schuss, Sniper, Schuss, Powerhouse, Meistro macht keinen Sinn, Guardian macht überhaupt keinen Sinn, Backbone auch nicht und Basic. Ne, Basic haben wir. Ich denke, wir machen den mal zum Sniper mit mehr Schusskraft, das ist sehr wichtig. Latsch. So, haben wir den auch, haben wir einen Sniper und mal Stefan Kiesling als Sniper drin. Ja, Leute, und ich werde euch jetzt zwei Spiele in Ausschnitten zeigen. Ich hoffe, das wird richtig geil und wir holen uns die ersten, nächsten Punkte. Entschuldigung, wir haben noch 50 und jetzt geht's zur Sache. Auf geht's in den nächsten Partien. Wir hauen die jetzt weg hier. So, und hinein ins erste Spiel direkt gegen Malaga. Ja, auch eine Truppe, die ziemlich geile Typen hat, ne? Rocker Santa Cruz, sag ich nur. Malaga war irgendwie diese Truppen, die die FIFA bestraft hat, wegen Anwesenheit einfach. Die anderen Klubs konnten Geld ausgeben. Malaga, die werden bestraft. So, und was machen wir? Wir bestrafen sie auch durch Santos. Guckt euch das an. Santos Solo, Santos Solo. Und jetzt guckt, Achtung, Santos, Santos, Dixer Galasso, Kiesling ist da und jetzt ist Kroos da Galasso, Toni Kroos. Eins neue Toni Kroos Team durch Toni Kroos. 500 Schleifen für unsere Katze. Wunderbar, oder? Sehr, sehr schön gemacht auch. Und dann ist er da. Willy, gut abgewehrt, aber naja, wir sind halt auch da. So, und wie gesagt, Rock Santa Cruz und die Seiten müssen jetzt kommen. Ihr habt ihn gerade am Ball gesehen. Und die hat großen, schönen Stil gemacht. Und die haben wir Santos wieder gehabt. Na, also, ähm, diese, diese Bronzy Jungs, die sind schwierig zu steuern, weil sie die Pässe nicht an Mann kriegen ganz oft. Wir haben wir im Verlauf, der das Spiel jetzt nicht so viel sehen, weil ich noch relativ viel ausgeschnitten habe, aber so ein paar Sachen habe ich euch drinnen gelassen. Das muss einfach auch mal sein, damit ihr seht, naja, so ganz einfach gegen die CPU ist es dann doch nicht. Gegen menschliche Spieler kann es eventuell unter Umständen sogar einfacher sein. Schöner Ball hier von Kroos auf Salah. Und was macht der? Der hat ein bisschen Glück. Salah flankt. Und Santos. Santos hat ein bisschen Pech. Na, das wäre es ja jetzt gewesen. Santos. Mit so einem richtigen Volley. Klasse. So einfach geht es ja dann auch nicht. Aber die Idee war gut. So, was soll ich noch sagen? Jetzt gibt es in der nächsten Szene hier Gap für Varnhagen. Guter Spieler übrigens. Bronzeteam, wer sowas macht mit Deutschen. Varnhagen kann ich euch empfehlen. Interessanter Typ. Einbruch über Camacho. Fabrice. Was macht der denn, der Nazi? Alle Fabrice. Leute, was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Oh mein Gott, was ein Pimmeltor. Fabrice Olinga mit einem echten Scheiß-Tor. Schießt der eigentlich Riedel voll in die Eier. Und ja, was kam da raus? Das kam da raus. Mann, ist das bitter Ausgleichstor. Und da sehe ich unsere Punkte schon schwinden. Trotz dieses schönen Toni-Groß-Tors. Na ja, egal. Das ist schwer, oder? Wir haben ja hinten noch gar keinen drin. Und jetzt pennen wir wieder da rum. Jetzt pennen wir wieder da rum. Und Fabrice erneut da. Aber dieses Mal nicht. Dieses Mal nicht. Es geht nicht immer über Thomas Riedels Unterleib. Oder, ne, ist nicht Thomas Riedels. Entschuldigung, ist der Sprössling, glaube ich, von dem, oder? Egal. Wo ist es hier aus dem Niveau herkommen? Da habe ich mich gar nicht mit befasst. Mir soll es ja um Toni gehen. Ja, und Toni hat den ersten Punkt eingefahren. Also Ausgleich von Malaga ist ein bisschen unglücklich gewesen. Eine Großbude war aber dabei. Das sind 500 Schleifen für uns. Plus 50 ist Räumi. So, und natürlich gibt es noch für die Pässe 100 Punkte. Das wären eigentlich 750 Punkte. Aber, ich bin ja böse. Beziehungsweise bin ich nicht. Das wären eigentlich, Entschuldigung, das wären 650 Punkte. Ich war aber so frei, guckt euch die Note an, 6,5. Und habe dann mit einem Zwing angesagt, naja, 150 Punkte für die Note dazu. Aber im zweiten Spiel seht ihr auch, warum ich mir dafür für die Note Punkte gegeben habe. Eigentlich mache ich das nicht, weil wir drüben brauchen wir nicht, dann bräuchten wir es nicht machen. Ihr werdet es aber gleich sehen. Warum ich mir jetzt diese Punkte dazugegeben habe, das macht jetzt erstmal roundabout insgesamt 850 Goldstückerchen zum Ausgeben. Das tun wir aber noch nicht. Wir machen noch ein Match, logischerweise. Ich glaube, erst ein Villa im Villapark wartet auf uns. Und die sollten doch eigentlich machbar sein, oder? Wie seht ihr das? Ihr könnt jetzt ja noch tippen. Ich kenne das Ergebnis ja bereits. Also, die blauen Drachen, wie ich mich gerne nenne. Die Mannschaft von Toni Kroos mit Kießling, dem einzigen zweiten Gold, dem einzigen zweiten Weltklasse, dem zweiten Goldspieler im Team von Toni gegen Aston Villa. Und ihr seht, die Grünen, die sind heiß über Westwood gewesen. Die Grünen sehen irgendwie komisch aus. Aber jetzt wieder ein bisschen Glück gehabt. Van Haken kommt zu Toni Kroos und hätte der den nicht einfach reinschießen können? Nee, wollte er wohl nicht. 500 Punkte gönnt er mir nicht in jedem Spiel. Da war er so einen schönen Schuss. Tja, und da pennt man ganz kurz. Und der grüne Blitz hier, der grüne Blitz geht voll ab. Und, und Bernhard, Bernhard Junge hat ihn weggeguckt. Brrrr. Man spielt so ein bisschen manchmal, Harakiri, diese Bronze-Teams sind, wie gesagt, nicht schlecht. Aber man sollte nicht so geistesgestört, wie ich manchmal nach vorne rammeln und dann die Bälle leichtfertig verschenken. Aber jetzt gucken wir nochmal wieder. Habt ihr gesehen, Fehlpass auf Delft gespielt. Mühe und Not gehabt. Mühe und Not gehabt. Und zum Glück kann der nicht schießen, sag ich dazu nur. Und erneut ist Bernhard im Tor mit dem Abschluss dran. Ja, der kann sich freuen. Schwer ist da weiter dazu berichten gehabt. Mein lieber Herr. Nächste Szene läuft. Toni Kroos mit einem schönen Ball auf Müller. Ja, ja. Aber die Szene läuft weiter. Riedl. Jetzt hat er mal den Ball gehabt. Na? Und jetzt kommt's. Achtung. Achtung. Riedl. Kroos und. Eieieiei. Und der Ball ist heiß. Nachschuss. Kies liegt nochmal. Und drin. Jawohl. Jawohl. Und ihr würdet auch sagen, Toni Kroos Assist, oder? Tja. Die CPU kann ich euch wegnehmen. Hat mich bedrohen. Ist kein Assist für Kroos. Und der war so gut. Der war so gut. Einfach. Oh, was für ein Hammer von Kroos. Und dann hat die Latte gezimmert da. Und deswegen hab ich mir einen Assist gegeben. Ja, und immer wenn die gelbe Karte kommt, hab ich bisher gemerkt, hab ich ein Problem. Das war im ersten Spiel so. Das ist im zweiten Spiel so. Wow, Mann. Ich glaub, das ist der Ami, oder? Er tritt den Ball. Ja, der tritt natürlich. Und was macht Christian Benteke? Der böse, böse belgische Junge. Schießt ihn einfach rein. Unhöflich, oder? Wirklich unhöflich. Christian Benteke ist einfach da. Ausgleichstor für Villa. Und das war, verdient würde ich jetzt, ja doch, eigentlich schon. War okay, ne? Müssen wir hinnehmen. Ich ärgere mich immer noch über den nicht gegebenen Assist für Toni Kroos. Aber das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und hab das Spiel weitergespielt, logischerweise. Tja. Was tun, was tun. Wir gehen weiter voran. Das ist doch wohl klar. Weißere, ja, mal dritt Rekos. Das bedeutet immer, dass man Gas geben muss eigentlich. Santers wieder. Und hier seht ihr mal, Kiesling. Der läuft eigentlich mit dem Ball ganz gut. Das ist eigentlich nicht gerade mein Traumstürmer. Und dann hab ich ihn gebracht. Hier. Erwin Drupal. Drupal-Flanke. Und vor Toni geklärt. Und jetzt. Was macht er da? Ah, Gussan. Und was macht denn Santers eigentlich? Da macht er vorhin so'n Solo. Und dann verkackt er das. Achtung. Letzte Chance im Spiel. Unser Toni ist da. Unser Toni ist da. Lässt zwei, drei Mann aussteigen. Toni. Dammit. Das war's. Das hätte sein können. Mit der letzten Schusschance. Toni Kroos. Oder? Gibt's noch einen Eckball. Der Eckball von Toni Kroos. Kommt. Der kommt. Der kommt. Gießling. Das ist nicht wahr. Ah. Übrigens umgeschnitten, dieses Restprogramm hier. Ich war hypernervös, weil wieder eine Chance zum Assist bestanden. Neue letzte Ecke für Kroos. Die kommt leider ein bisschen kurz. Und deswegen ist das Ding gelaufen. Ausgleich 1-1. Also schade. Zweimal unentschieden nur. Aber wieder Punkte. Remi gibt ja 50 Punkte. Äh, die Note müssen wir uns abwarten. Aber wir haben natürlich 100 Punkte über die Pässe, bin ich der Meinung. Das gucken wir uns gleich an. Also 50 Punkte sollte es zusätzlich geben. Wären dann schon 900. Gucken wir einfach mal, was das Ganze so bringt jetzt gleich. Da war noch mal dieser Pfostenballer. Man kann nicht alles sagen. Kieslingmann spielt. Und da seht ihr jetzt die Note 7-4. Das ist doch schon mal ganz wunderbar für uns. Das gibt nämlich Punkte. 150 an der Zahl. Und die haben uns das nicht gegeben. Das ist verdient. Jetzt kommt's gleich. Achtung. Ja, Remi. Genau. Und Pässe. Hab ich schon eingemalt. Jetzt kommt's da. Keine Vorlage. Ist doch voll gemein. Oder? Ich bin extra dreimal draufgegangen. Ja, die Vorlage nicht gegeben. Und daher finde ich, sind das ja 10 Punkte. Und in dieser macht das jetzt 150 Punkte für Toni Kroos dazu. Das sind 1150 Punkte. Und machen wir damit was? Das sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen bei Road to Toni Kroos. Seid dabei, wenn wir uns den nächsten Goldspieler sichern. Oder auch nicht. Wenn wir vielleicht verlieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020